Jeder will doch selbstbewusste, selbstsichere, nach außen auftretende Kinder. Ja, wo kannst du es denn lernen, wenn nicht zu Hause? In der Schule sicher nicht. Aber wenn es dann aufmüpfig ist und seine Meinung vertritt, dann kommt wieder der große, ich bin dein Vater. Ja, ich sage, solange du die Füße unter meinem Tisch hast, bla bla bla. Diese ganzen Sprüche, statt sich zu freuen, statt in den Austausch zu gehen, in die gegenseitige Befruchtung, dann kann einfach sehr, sehr viel entstehen. Und das ist das, was Kinder, vor allem Jungs von ihrem Vater, tatsächlich brauchen. Und diesen einen Satz, der so vielen Vätern aus Erfahrung so unglaublich schwerfällt, ist dieses, hey, ich bin einfach stolz auf dich. Stolz auf dich, so wie du bist. Nicht, ich wäre stolz, wenn. Dann einfach, hey. Und jeder Vater, jede Mutter hat einfach allen Grund, stolz auf ihr Kind zu sein. Wenn man es lang genug anschaut und das Positive sieht. Und das ist, viel mehr brauchen die nicht. Sie haben es von ihrem eigenen Vater nie gehört. Also so gut wie, wenn ich jetzt, wenn ich eine Gruppe habe und ich frage, hey, wer von euch Vätern hat von seinem Vater wirklich so ein Bedingungsloses, Absichtsloses, ich bin stolz auf dich bekommen. Jemals, jemals bekommen. Also wir reden nicht von Umarmung oder irgendetwas. Dass vielleicht 50 Prozent haben jemals in ihrem Leben eine Umarmung von ihrem Vater bekommen. Und ich bin stolz auf dich. Zehn Prozent, die das bekommen haben. Vielleicht, wenn überhaupt. In den Muttersohnen-Abenteuern geht es auch um die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen. Wobei der Ansatz da ein bisschen anders ist. Also bei den Vätern kann man ja sagen, hey, geh einfach zurück in deine Jugend, in deine Kindheit. Vielleicht schaffst du es sogar, dahin zu gehen, als du sechs, sieben, acht Jahre alt warst. Oder zehn, als du in die weiterführende Schule gegangen bist. Was hat dich denn da bedrückt? Wie ging es dir denn da? Oder in der Pubertät? Die Chance haben Mütter nicht. Ich will jetzt niemanden auf die Füße steigen, aber ich bin davon überzeugt, dass eine Mutter sich nicht in ihren Sohn reinversetzen kann. Sie kann nicht wissen, wie fühlt er sich jetzt gerade. Dazu sind einfach Männlein und Weiblein zu unterschiedlich. Die sind, ohne es zu werten, kommen anders auf die Welt. Jungs kommen anders auf die Welt als Mädchen. Ich hatte auch Tränen in den Augen, als er losgefahren ist, am ersten Tag im Zug. Großer, großer, großer Schritt. Eltern, empathische Eltern wissen das, wenn das Kind das erste Mal in die Schule geht. Mit der großen Schultüte, Schulranzen der Größe ist, also das Kind selbst. Und dann erster Tag Schule. Das sind alles so große, das sind Riesenschritte im Leben. Das darf man nicht vergessen. Die kommen einmal. Hey, warum diese Schritte verpassen? Ich frage Väter auch oft, warst du dabei, als dein Sohn zum ersten Mal gegangen ist? Wirklich aufrecht. Dich imitiert hat, dich nachgemacht hat. Schaut hat, was macht der Papa. Möchte auch gehen können. So wie Papa. Und dass er dann das erste Mal so mit wackelig, hochgehobenen Armen auf den Vater zugerannt ist. Weißt du das noch? Warst du da dabei? Mental? Oder warst du da noch im Büro? Nein, in der rub er warst du da.